Hallo Leute, ja, es geht weiter mit Avalon Code. Und, ja, ich kann nach rechts oder nach links. Äh, nein, nach rechts oder nach oben. Aber ich geh einfach mal nach rechts und guck mir mal, was da kommt. Der tätige geile Schalter. Ähm, ja. Okay. Ähm, ja. Verdammt. Okay, aber wie soll ich jetzt da hochgehen? Hä, wie soll ich das zerstören? Warte, kann es sein, dass ich mit dem Hammer muss? Hammer. Okay, so. Ja, mit dem Hammer. Wieso bin ich nicht gleich darauf gekommen? Ähm, nein. Ach, scheiße. Oha. Ach, ich krieg sowieso nicht mehr Gold. Ach. Okay. Oder? Nein, ich krieg kein Gold mehr. Ich kriege Bronze. Und das, damit lasse ich mich nicht zufrieden. Ich werde es nochmal machen. Also, bis gleich. Oder? Nein, ich zeig euch das einfach mal. Das soll sowieso nicht so lange dauern. Komm her. Mach mal schneller. So. Kommst mal her. Und so. Und so. Warte, so war das. Ja. So. So, haben wir es. Lass mich durchschu... Boah. Scheißverfickte Wand. Jetzt so. So, geschafft. Diesmal kriegen wir Gold. Oder Silber. Ach, wir kriegen Silber. Verdammt. Egal. Wir kriegen am... Wir haben wenigstens Silber. Scheiß, ich dachte, es klappt noch. Verdammt. Egal. Egal, ist ja nicht so schlimm. Wir gehen einfach mal nach oben und gucken wir mal, was da... Scheiße. Äh, ja. Und was gibt's da oben? Wir tätigen alle Schalter. Okay. Ja, da ist eins. Oh. Scheiß. Ich scheiß auf diese Feuerwesen. Ich kann mir so doll mal meinen Arsch lecken. So. Nein, das wollte ich nicht. Okay. Du scheißverficktes Monster. Und. So. Geschafft. Aber es gab mehrere Wege. Ja, wir haben Bronze. Nein, Silber. Aber ich glaube, wir hätten Gold geschafft. Egal, ich werde es nochmal versuchen. Yep. Beteiligere Schalter. Mach mal schneller. Ich habe auch nicht alle Zeit der Welt hier. Mama, schneller bitte. So, danke. Jetzt mal aufladen. Okay, die Scheiß-Block-Dateil hat mich geholfen. Hat mir geholfen, meine ich. Okay, wir haben Gold. Ja, wir haben Gold. Ja, wir haben hundertprozentig Gold. Was? Ach, leck mich. Okay, eine Katzentür. Okay, das werde ich mal kurz machen. Okay, das werde ich mal kurz machen. Okay, ich habe die Tür geöffnet. Und es geht einfach mal weiter. Siege alle Gegner. Ich wusste irgendwie, dass es nur ein Raum ist. Oh, oh, ich muss die Waffe ändern. Oh, nee. No, ich muss die Waffe ändern. Waffen. Schwert. So. So, so. Danke. Ach, fick dich, du. Du scheißverficktes Monster. Geschafft. Aber ich glaube, ich hätte es schneller machen können. Habe ich Gold? Silber. Hm, ja. Ich glaube, ich hätte Gold geschafft hier. Ich versuche es einfach nochmal. Aber das müsst ihr nicht sehen. Also, bis gleich. Okay, ich habe Gold geschafft. Ich habe irgendwie geahnt, dass es hier irgendwas gibt, weil das so komisch formatiert war alles. Und, was ist das? Oh, das heilt mich. Super. Super, super. Okay. Und Waffen. Hammer. So. Und, komm her. Komm her. Ach. Ach. Okay, das war ein bisschen beschissen. Okay, das haben wir jetzt auch. Und wir gehen einfach mal nach oben. Und die Waffe wieder ändern. Waffen. Schwert. Muramasa. Und so. Dankeschön. Und einfach nach oben. Betätige alle Scheiße. Und ich höre irgendwas Böses. Was? Was? Was ist das für ein Tittenklecks? Was stand da? Ich habe es nicht gelesen. Egal, ich muss einfach mal einen Weg hier durchkämpfen. Ich scheiße auf den Tittenklecks. Ey, Mann. Mann. Karte. So. Ey, das ist doch. Geh mal rauf hier. Danke. Mann, fick dich doch ins Knie. Mann. Ich habe Silber. Ich habe es irgendwie geahnt. Egal. 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 Ich scheiße drauf. Und kann ich nach links? Ja, ich kann nach links. Und meine Maus bewegt sie von alleine. Schlager. Okay. Oh nein. Waffen. Schwert. Muramasa. So. Und ich muss die Mumie ihre Schwäche. Machen. So. Und was ist ihre Schwäche wieder? Okay. Das werde ich mal ganz schnell machen. Also bis gleich. Okay. Ich habe es gemacht. Und jetzt werde ich ihn killen. So. Hundertprozentig werde ich ihn killen. Karte. Komm her, du dreckscheiß Mumie. So, so, so. Ich hätte ihn bestimmt früher besiegen, wenn ich das vorher gemacht hätte. Mann. Ich habe es geschafft. Egal. Ich habe es geschafft. Das ist das Wichtigste. Ich habe es geschafft. Ja. Ja, ich habe Gold. Super. Aber ich kann nicht nach oben. Okay, kein Problem. Aber ich kann nach unten. Warte, wenn ich nach unten gehe, komme ich glaube ich wieder an die Stelle. Oder? Nein, woanders komme ich hin? Was? Oh. Und wo ist der Schalter? Ach. Waffen. Hammer. Warte, wieso habe ich so viel Zeit dafür? Bestimmt ist irgendein Haken dran. Oder ich bin einfach zu dämlich dafür. Und, komm her. Warte, aber wieso brauche ich so lange dafür? Wieso habe ich dafür so viel Zeit? Karte. Okay. Achso, so. Deswegen. Ich habe schon gefragt, warum das so lange dauert. Okay, dafür brauche ich vielleicht Bombe. Oder warte mal. Vielleicht muss ich auch irgendwas davon machen. Achso, das war... Oh, das war ein Fake. Achso. Ihr wolltet mich verarschen? Niemals. M-m. Nicht mit mir. Ach du heilige Scheiße. Hab so viel. Okay, ich gehe mal nach unten. Und dann komme ich da hin wieder. Okay. Da war ich schon da oben. Ah, nein, nein, nein. Da war ich noch nicht. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Ich glaube, ich muss mal eine Waffe ändern, hier. Schwert. So. So. Karte. Ach, falsche Richtung. Ähm, ja. Hallo? Wie soll ich jetzt wieder da hochkommen? Also soll ich hier was hinlegen oder was los? Warte, ich muss mal was gucken. Achso, das ist so ein Teil. Verstehe. Okay. So. Ach, ich springe mich gleich um. Es hat keinen Sinn mit mir. Ja. Ich schaffe sowieso nicht mehr, Gold. So. Wieso braucht es so lange zu sterben? Okay, so. Ich werde sowieso... Dann werde ich mich sowieso heilen gehen. Bei diesen braunen Steinen da. Also Eliosberg 11 haben wir jetzt auch. Also Dungeon 11 müsst ihr auch irgendwie schaffen. Zeitlimit 1 Minute 30. Okay. Das werde ich doch in dieser Zeit schaffen können, oder? So. So. Verdammt. Geschafft. Aber ich bin einmal gestorben. Egal, ich habe trotzdem Gold. Super. Carlisax hat nicht in diesen... Er hat gemeint, er hat nicht alle Gold hier geholt. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht war es auch zu schwer für ihn. Hallo? Was? Oh, nein. Fick dich. Fick dich ins Knie. Ich habe da... Mann, ich habe da auf so keinen Bock. Boah. Wieso bin ich hierher gegangen? Wieso? Karte. Komm mal bitte hierher. Hier war doch gerade ein Schalter, oder nicht? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Okay. So, muss man machen. Achso. Wollte ich hierhin? Okay, das habe ich jetzt auch. Oh. Oh, ich muss wieder warten. Okay. Okay.